Wir haben in Bayern eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, welche es uns aktuell sehr schwer macht, genügend Fachkräfte zu finden. Wir können hier momentan deutlich von einem Fachkräftemangel sprechen. Es ging alles sehr schnell. Wir haben dein erster Eures Arbeitsplatz im März kontaktiert und bereits im Juli hat GORAN schon für unser Unternehmen gearbeitet. Um das Wachstum und den Erfolg unseres Geschäfts zu sichern, benötigen wir gerne die Hilfe unserer Partner, dein erster Eures Arbeitsplatz, um Auszubildende im Ausland zu finden und zu Fachkräften auszubilden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017